Ich bin Elna Tachatos und studiere Facility Management mit dem vertiefungsrichtigen Gebäudesystem. Ich habe mich für diese Vertiefung entschieden, weil mich Technik schon immer interessiert hat. Im Verlauf des Studiums haben wir eine Projektarbeit zum Thema Sensorik geschrieben. Um die Reinigungsleistungen zu optimieren, haben wir gemessen, wie lang und wie oft ein Raum besetzt ist. In dieser Vertiefung habe ich vor allem gelernt, Projekte zu planen und zu leiten. Ich kann Gebäude technisch bewirtschaften und bestehende Prozesse optimieren. Und das hinsichtlich Energieeffizienz und Nutzerfreundlichkeit. Vor dem Studium habe ich Konstrukteurin gelernt und anschliessend Berufsmatur gemacht. Am Studium gefällt mir vor allem der offene und familiäre Umgang mit den Kollegen und den Dozierenden. Dazu kommt die Kombination aus Technik, Wirtschaft und Psychologie. Eins von den Highlights ist sicher, wenn man ein halbes Jahr intensiv an einer Arbeit schafft, man das Resultat bekommt und man merkt, dass man fachlich wie auch persönlich daran gewachsen ist. Seit ich Facility Management studiere, nehme ich das Gebäude viel aufmerksamer wahr. Ich achte mich mehr auf Details wie Gebäudesicherheit und das Raumklima. In Zukunft sehe ich mich in einer Projektleitungsfunktion und ich weiss, dass ich auf das gut vorbereitet bin. In Zukunft sehe ich mich in einer Projektleitungsfunktion und ich weiss, dass ich mich in einer Projektleitungsfunktion und ich weiss, dass ich mich in einer Projektleitungsfunktion und ich weiss, dass ich mich in einer Projektleitungsfunktion und ich weiss, dass ich mich in einer Projektleitungsfunktion und ich weiss, dass ich mich in einer Projektleitungsfunktion und ich weiss,